Moin Moin und herzlich willkommen zu Nachschlag. Das hier ist ein neues Format, wo ich einfach nochmal Dinge aufgreife, die ich schon vorher gemacht habe, aber eben nur sehr kurz. Also wenn es dazu irgendwas Neues, Kleines gibt, eine Ergänzung oder so, gibt es das denn in diesem kleinen Format. Und ansonsten wie gehabt als neue Folge von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Heute soll es dann nochmal um LXQt100 geben auf Seduction. Nochmal kurz zu mir, meine Selbstbeweihräucherungsseite. Ich bin der Hauptentwickler von M23, dem Softwareverteilungssystem, organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage, mache Dienstleistungen zu M23, Linux und freier Software und letztlich allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Wir haben auch einen wöchentlichen Livestream, die Jean und Hauke Show, die es auf Linux Guides gibt. Und da ihr das Ganze ja schon kennt, diesen Kanal hier, erzähle ich euch nichts Neues. Ich stelle hier Dinge vor, mit denen ich mich beruflich oder privat beschäftige. Jetzt einmal kurz zum Thema. LXQt ist ein leichtgewichtiger Desktop. Und die neue Version kam jetzt, ja, ist noch relativ frisch. Die Version 1.00 kam am 05.11.2021 raus. Weitere Informationen dazu findet ihr im Wikipedia-Artikel. Der Nachschlag. In der Jean und Hauke Show vom 9.11.2021, da haben wir uns Debian im Rolling Release angeguckt. Also Seduction ist eine auf Debian basierende Distribution, die auf dem Unstable-Teil, auf dem Sit-Teil beruht. Haben wir uns angeguckt. Jean hat sich durch die Oberfläche so ein bisschen durchgeklickt. Und meine Aufgabe war, LXQt, die neue Version 1.0, die es noch nicht in Seduction selbst gibt, darauf zu kompilieren und auch zu starten. Ist mir auch gelungen. Die Sendung war doch wieder etwas länger. War ganz lustig, aber sie war halt eben länger. Darum nochmal hier die Zusammenfassung von dem, was ich letztendlich gemacht habe, um das ganze LXQt zu kompilieren mit den ganzen Abhängigkeiten und so weiter und nachher auch zu starten. Dazu habe ich wieder ein Skript vorbereitet. Das könnt ihr runterladen auf der Seite, wo ich denn diese Folien hier veröffentliche. Und da gucken wir mal rein, was das so macht. Das Ganze ist wiederum ein kleines Bash-Skript. Als erstes werden mit apt-get und build-dep die Abhängigkeiten, die zum Bauen von dem LXQt, dem LXQt-Core und LXQt-Panel-Paket gebraucht werden, installiert. Da es aber in Seduction noch die alte Version gibt, sind diese Abhängigkeiten für die Version 1.0.0 nicht vollständig. Darum kommt hier nochmal so ein ganz langer Absatz mit zusätzlichen Paketen, die wir auch alle noch brauchen, damit wir das Ganze überhaupt bauen können. Viele von diesen Paketen haben so ein Minus-Dev dahinter. Das bedeutet, das sind Pakete, die ich brauche, um diese Software bauen zu können. Wenn ich jetzt nachher die Software gebaut habe und das nicht nochmal machen möchte, reichen auch die anderen Versionen von den Paketen aus, wo eben dieses Dev nicht dran ist. Also die Pakete mit dem Dev dran, die brauche ich bloß, wenn ich Software kompilieren möchte. Zum Ausführen brauche ich die halt nicht. Nachdem ich jetzt diese ganzen Pakete installiert habe, gehe ich in das Temp-Verzeichnis einmal rein und hole mir aus Git dieses Grundgerüst mit den Quelltexten. Das Ganze ist hinterher nicht wirklich groß. Das ist so ein Grundgerüst, wo quasi Links auf die richtigen Unterprojekte stehen. Die müssen wir uns allerdings einzeln nochmal holen. Die Unterprojekte, die letztendlich den wirklichen Quelltext enthalten für das LX-Cute-Panel und für Anwendungen, die mit dabei sind, die holen wir uns über den Wechsel in dieses LX-Cute-Verzeichnis, wo das Grundgerüst schon mal drin ist. Und dann initialisieren wir diese Untermodule. Und die sind letztendlich Links zu den einzelnen Projekten auf GitHub. Die haben alle ein eigenes Repo. Und über dieses Update, Remote, Rebase holen wir uns diese Quelltexte. Das kann ein bisschen dauern, bis das alles zusammen ist. Und dann wird das auch relativ groß, was wir da an Quelltext rumliegen haben. Das Kompilieren und Installieren nachher, das geschieht durch so ein Skript, was mitgeliefert wird. Und da ich möchte, da das Ganze nicht unter opt oder usr-local installiert wird, sondern richtig in dem Verzeichnisbaum, sodass man es einfach auch starten kann, gebe ich hier so ein Prefix mit und setze es auf usr. Dann werden zum Beispiel die ausführbaren Dateien für das LX-Cute und die Anwendung, die mitkommen, unter usr-bin installiert und nicht unter usr-local-bin. Das wäre es letztendlich auch schon. Das hat doch noch etwas Zeit gefressen. Ich habe das in der ja noch mal per Hand durchgespielt nach der Sendung. Und das alles hier zusammen zu suchen, was man jetzt wirklich alles braucht, das hat ein bisschen gedauert. Wenn ihr das selbst noch mal nachbauen möchtet, könnt ihr einfach dieses Skript nehmen und dann spart ihr eine Menge Zeit. Wenn das Ganze jetzt schon durchkompiliert ist, was auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, dann könnt ihr testweise das Ganze einmal starten, indem ihr mit Root-Rechten den Display Manager, den SDDM einmal stoppt, habe ich unten aufgeschrieben, und XORG, also den X-Server, schon startet. Dann habt ihr letztendlich einen grafischen schwarzen Bildschirm, da passiert noch gar nichts. Aber darauf können sich halt andere X11, XORG-Programme drauf verbinden. Und das machen wir halt im nächsten Schritt. Dann macht ihr noch ein weiteres Text-Terminal auf und schreibt dort rein, als normaler Benutzer dieses Mal allerdings, Export Display gleich Doppelpunkt 0. Damit wird X11-Programm gesagt, auf welchem Display, also auf welcher grafischen Schnittstelle, sie ihre Fenster zeichnen sollen. Und eben Doppelpunkt 0 ist halt der erste Bildschirm und das, was wir vorher mit dem XORG und dem UND-Zeichen geöffnet haben. Also alles, was danach kommt und grafische Anwendungen, die X11 verwenden ist, werden denn auf diesem ehemals schwarzen Bildschirm angezeigt. Und LX-CUTE hat so ein Start-Skript mitgeliefert. Das heißt einfach Start LX-CUTE. Wenn ihr das denn hinterher noch startet, dann habt ihr jetzt auf eurem ehemals schwarzen Bildschirm den ganzen LX-CUTE-Desktop. Ja, das Ganze ist eben bloß für Testzwecke gedacht. Das ist noch nicht eingebaut in den SDDM Display Manager. Also beim nächsten Hochfahren habt ihr wieder den ganz normalen Anmeldebildschirm und habt das LX-CUTE noch nicht. Also das wird demnächst wahrscheinlich auch in Seduction beziehungsweise im Unstable-Bereich von Debian landen. Von daher lohnt sich der Aufwand auch nicht, das langfristig zu machen. Von daher würde ich mich eher auf die Paketquellen der Distribution verlassen. Ja, das Ganze ist einfach mal so geguckt, wie das funktioniert. Vom Quelltext zum Desktop. Wenn euch das interessiert, guckt euch das an, spielt das mal durch und schaut natürlich auch den Mitschnitt von unserer Sendung, wo wir das Ganze über letztendlich drei Stunden gestreckt haben. Hat wieder länger gedauert und guckt einfach mal rein. Ansonsten war es das schon wieder. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Nachmachen, beim Nicht-Nachmachen. Und bis dann. Und tschüss. Und bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020